Router 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2, zu Part 25 und jetzt beginnen wir den Attentag. Ja, da haben wir noch schon den Feigenhund. Hm. Da, die Duda, da. Da, die Duda, da. Das war ein Witz. War mir ein Spaß, ich wollte noch einen Spaß gerade machen. Hier wird so. Da. So. Für den Geld genau das gleiche. Part 25 sind wir. Jetzt. Hab ich vorhin schon gesagt, aber ich sag's trotzdem noch mal. So. Blockadrona. Ah, jawoll. Warum ganz mal auffüllen? Haben wir schon. Und. Ja, ja. Weg. Hm. Pferdchen, dich brauche ich jetzt gerade nicht. Hm. Pferdchen, dich brauche ich jetzt gerade nicht. Komm. mentira, bescheiden m!" So, dann setze ich mich hier schon mal hier hin. Hallo Kundenfunde. ihr werdet euch gleich zu ende kunden hier du hälst den rand alter du mutscher jetzt eine durchwalter das kannst du mir glauben so rauchbomben benutze ich jetzt dafür momentan den schutz des herrn dass der herr sich für unsere angelegenheiten interessiert aber bitte wenn ihr wollt die zeit zu vertreiben die existenz des herrn ist die einzige rationale mit der aussage konfrontiert wenn eure bibel kommt ihr freundchen komm ruhig hierher so aber ihr habt recht was wollt ihr seid ihr freund oder frei und habe euch beide lege dich zack jetzt werde ich sehen wer recht hatte ja du bist tot ich habe wohl nichts mehr zu sie treffen sich im Schatten ja schön alle Angst seit ihr genommen bei QSG aus dem Sprung hier so einmal das und gestorben ist ein Tag kürzlich er wird ne, ne, werde ich leider nicht so, hab ich dich so damit ist der Typ erledigt das passt schon mal sehr gut und fast oben genial ja, fast oben, ja komm es dauert noch eine Weile, bis ich oben bin warte ich hol mir hier ein Pferd, wenn wir hier ein Pferd haben so ach, da hinten das nehm ich mir dann gleich mal, der ist stehen, der noch rostet so, nee dann machen wir mal hier zurückreiten damit haben wir jetzt das so weg ah, nein, das finde ich mir aufs Pferd drauf, ja, das war gut, der war gut warum? ach egal, ich will es gar nicht wissen bitte weil es ist es nicht ja, aber lassen, dass man die Rüstung so wie es ist ich muss erst mal schauen, wie der also überhaupt reinkommen soll, warte mal, kann man da rum, ne, geht nicht ok komm schon, Klinge will ich haben komm schon, Klinge will ich haben ja, schön für dich ich verletze dich gleich, wenn du draufpasst ah, ja, hiervon geht's rein, super endlich wieder da ja, ja, mach mal gleich, mach mal gleich doch, in deiner Schicht machen wir das jetzt dann geht's hin, jetzt muss ich rein und du wirst deine Schicht noch rein hinzufügen dann fügt man hinzu, Alter, wenn du was hinzufügen möchtest äh, ja. Hm, die zwei wollte ich eigentlich geil ausschalten. Ich wollte eigentlich euch zwei hier. Euch zwei haben Peminer hier, aber... Weg! Was willst du schon wieder? Hm. Komm her! Was jetzt? Jawoll. Verschwindet doch einfach mal alle hier, ey. Meine Jüden, ey. Misst ihr mich jetzt wieder hier gerade so... Ach, Bombeier vor der Gescheine. Zurück wieder mal. Oh Mann! Ich wollte nur einen ruhigen Tag! Einen! Schön für dich, dass du nur einen ruhigen haben wolltest. Jetzt kriegst du eben keinen ruhigen mehr. Mein Jüden, ey. Lass mich einfach rein in Ruhe jetzt hier. Verdammt mich nur eins. Nein! Hau ab! Wo ist der? Los, kümmert euch da drum. Ich hab auf. Alles verrückt! Alle verrückt! Ich muss auch von hier! Hör auf zu nerven jetzt! Hör auf zu nerven jetzt! Meine Güte, ihr könnt halt, ihr nervensehene, ey. Lass ihr jedes Mal anfangen? Was ist hier? Nein, dich tönt! Rob! Stopp! Ich will nicht sterben! Hebe den Pumpen auf! Sehr schön. Sehr schön. Jesus, verschone mich! Hey, wer ist das Gott durch? Du, ihr seid keine Musik! War ich nicht, will ich nicht, war ich nie, werde ich auch nie sein. Ich hab' mir nicht so viel geklappt. Jetzt kommt schon hier hochkommen. Hör auf zu nerven, Alter, ok! Sind ich jedes Mal nerven? Was ist mit der Stelle eigentlich los? Seit ihr schon noch ganz gebacken? Ja, komm schon mit zur. Ja, komm schon. Dann halb ich das mal. Abbot-Tienbedarf gibt sowas. Beim Gift gibt es ja nichts, perfekt. die Zwergungs das ist perfekt ist es hier zum Punkt da kommen wenn sie die Uhr teile pass auf was du zu mir sagst oder wie du mir hier redest er ist hier bitteschön und so so bevor sie wussten was ihm geschieht er hat ein Wettbewerb er wohl hier muss ich jetzt weg ja du hör auf hier zukehren mit sich und kommen und so sie aufhören aber wohl ist mit mir jetzt zu kommen so ja wir hier hier ja cool wo die sie sie tot so das ist jetzt 26. Part der Part der Tod von ihm aber wir sind immer am 25. stelle ich mich nur lange genug beherrschen führt er mich zu seinen Templerbrüdern ich war ja ich würde sagen ich glaube nicht denn ist der arm nein ich bin 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 Der Kerl hat meinen Onkel Pino getötet, weil er das Schutzgeld nicht bezahlen konnte. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß. Oh, Juni, jetzt nervt mich schnell, okay. Ich bin jetzt schon gekommen, komm her. Oh, jetzt hör auf, Alter. Kannst du mal aufhören, mich jetzt zu nerven und abhauen und verrecken, Alter. Damit will ich nichts zu tun haben. Oh, Animali, Hilfe! Meine Jüte. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bitte, lass mich das übernehmen. Ich werde auch gar nicht froh sein. Endlich, ey, meine Jüte, ey. Ihr könnt nicht nerven, ey, wirklich. Der Meister wird mich umbringen. Du, so könntet ihr jemanden verletzen. Wir wissen, hab ich gleich ab. Er war eh nicht der Beste aller Herren. Ich habe nicht vergessen, was du meiner Schwester angetan hast, Filio, die Putane! Endlich. Sieht aber nicht so aus. Können wir die ja schon wieder oben? Danke. So. Was planst du mit den anderen, Jakobo? Na? Nichts, was dich hier angeht, Alter. Okay. Meine Jüte, ey. Wow, bloß ab jetzt. Merk da. Ich habe nicht vor zu sterben. Mach ihn wahr. Ist er von Sinnen? Abgemacht. Was machen wir hier durch? So. Gut. Dann beenden wir jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto schon 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wieder einschaltet. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Und schreibt mir bitte in die Kommentare. Das wäre nämlich nett. Dankeschön. Das war jetzt Assassin's Creed 2 Part 25. Wir sehen uns im 26. Part wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.